OBS Oh jetzt So, Alter, was mach ich denn für ne Pose hier? Hat meiner auch eine, wenn ich länger stehe? Ich fahr mal so durch die Blätter auf den Kopf Du hast nen Holzkopf Ja, das passt sogar zu mir Du Holzkopf Ja ok, sollen wir starten? Jaja, ich bin schon mittendrin Achso, ja dann Servus beieinander Ebenster Badwood Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu It Takes Two Zusammen mit dem Zocki Ja, ey, ne, wunderschönen Sag mal, kann man hier eigentlich auch draus slide? Ne, schau mal Oh, wie ist das? Das Ding, was wir fangen müssen Oh Oh, ist das nen Spiel wieder? Oh, kann ich da mitspielen? Wie geht das? Du hast nebenan noch einen Ah, jetzt warte, ok Wir haben Granaten auf May Ok, ja, ok Ok Hä? 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 Muss ich mich da aufbilden? WTF, ich schieße auf mich selbst? Hä? Achso, du warst zu weit weg? Ich bin schon ein Leben voller geworden, oder? Ich baller mich selbst ab hier Ich baller mich selbst ab hier Ei, ich bin ein bisschen überfordert Ich hab schon lange nicht so ein gutes Spiel mehr geliebt Kommst mit der Grafik nicht klar, gell? Die ist so hart Da kommt ums Eck Achso, warte mal, gedrückt halten eventuell? Ja, dann zielst du länger Ok, ich hab's voll versagt Willst du noch eins? Ne, das ist nix für mich Ah, endlich mal ein Spiel gefunden, was ich kapiert hab Hehehehe Oh Na, warte mal, wo müssen wir eigentlich lang? Na hier durch Oh, die Kugel des Saurons Hey, Lightshow Huuuuh Krack gesagt, die Kugel des Saurons? Ja Schnell, drück nach Das muss schneller gehen Dann leider immer nicht, du bist schneller, weil dann drückt meine nicht Da, jetzt hat sie wieder kurz Ich mach's voll langsam Oh 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 Ich kann gar nicht drauf landen, ich bin zu dumm Oh 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 Mit dem Hintern Mach ich's romantisch für uns, Schätzchen Ah, dunkel ist besser Ja, gell Dunkel ist viel angenehmer Find gar nix, wenn man hier lang springt Ah doch Ah, wieder ein Minispiel Oh, cool, das sind doch die zwei Pforten hier, away out. Ja, oh, ist das so boxen? Ich glaube, das sind nur Figuren, die was sagen. Oh, er hat geflucht. Okay, lustiges Easter Egg aber. Oh, was ist da drüben? Da leuchtet was. Ui. 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 Wieder Licht. Oh, es ist eine Lavalampe jetzt. Ui. 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 Oh, noch eine. Ui. Oh, das ist ein Videospiel. Oh, es wird viel gewinnt. Videogame. Vielleicht sind sie verbunden. Passwort. Boom. Oh, ein Wörterspiel. Schön. Ah, es hat etwas zu tun mit dem Hacken. Hacking? Vielleicht. Ach, müssen wir das Wort hier bilden? Ja. Ah. Ich bin richtig. Oh, ich bin richtig. Oh. Ich habe gedacht, Hacking wäre viel kompliziert als das für ein Spiel. Es ist einfach ein Spiel, Cody. Ah, warte mal, das muss lachen. Ah ja, ja genau, der muss lachen, der Furzkopf. Oh, oh. Oh, ich glaub. Ich weiß nicht, aber ich mag es nicht! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Where are we? Oh, 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 oh. Oh, boom-ba-boom. How do you know my name, traitor? Because I bought you in the Space Museum. Lieber. Rose had picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. Ich bin nur derjenige, der kann sich Rose aus der Darkseite der Universität beschädigen. Wir sind auch bereit, um Rose zu beschädigen. Als ihr Eltern... Stopp lying! Ihre Mission ist, um sie zu schäuern. Wir brauchen wirklich diese Tears. Die größer, die besser. Was von der Schmiede sind Sie von? Nein, nein, nein. Es ist ein Verständnis. Wir brauchen nur ein paar Tears von Rose. Du wirst nicht ein paar Teardrop von Rose. Du wirst hier immer wiederholt. Forever? Er hat gerade gesagt, forever? Oh mein Gott, ich habe eine Panik-Attache. Was sollen wir tun? In der Schmiede? Keiner kann sie hören. Oh, von der Schmiede, Tony. Don't be dumm, wir sind nicht in der Schmiede. Wo, wo, wo sind wir? Hör, Rose und ich haben mit ihren Spacetroys so viele Mal gespielt. Ich muss sie finden. Oh, hier sind sie! In der Gegner hört sich niemand schreien. Oh, hier ist Ant-Man. Ja, Alter, ich habe Super-Crafted. Oh, du hast Weltraum-Schuhe. Oh, kann ich jetzt? Ach so. Aber nur an so Ränden. Ja. Ich finde eigentlich, dass du die Cooleren hast. Ich bin so cool jetzt, dass ich nicht klein werde und groß werde. Lassen Sie mich über die differences. Ich würde nicht schon für dichour delightlos sein. Ich esse nicht gar nicht. Nein. Ja, ich bin doch. Ich kann an der Decke laufen. Schau mich mal an. Ja, ich seh es. Oh, ich kann an der Decke laufen, wie geil. Und wieder. Bin ich eigentlich immer noch? Oh ja, ich bin da immer noch. Du musst irgendwas machen, damit ich hier durchkomme. Ah ok, warte. Na ja. Na komm, geh durch kleine Mann. Ja, schnell. Ich komm jetzt da und drück den Knopf. Ich glaub ich muss wieder richtig rum. Ähm. Ich find das geil, aber. Hey, wie krass es aber ist, wenn du groß bist und wenn du jetzt wieder klein bist, der Unterschied, weil ich bin ja eigentlich klein, das fällt mir so gar nicht auf. Was? Das ist aber so geil. Das bockt übertrieben, ey. Ähm. Wir brauchen ne Batterie. Hä? Immer muss ich irgendwie hier... Oh, jetzt sind die zwei hier oben, aber... Au! Das war heftig. Ah, kannst du hier vielleicht rein? Kann sich nur klein machen. Ja klar, Alter, da muss ja auch mal einer drauf kommen an hier. Ich seh du, Bruder. Jo, und drück den Hebel da drin, mal schauen, was passiert. Die Batterie reindrücken, easy. Ah, okay. Hier. What's going on here? Ah, come on. Woo! Oh, das ist wieder so ein Roboter, oder? Oh, oh. Ups, der Lab. Los, durchs Portal. Ah! So, ich schau mich hier erst noch um. Ups. Hier ist noch ein Portal. Now that was one hell of a rock. Ähm. Bin irgendwo, wo ich rutschen kann? Okay, welches Portal bist denn ran? Glaub, in das da hinten. In das da hinten? Ne, 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 ne. Warte, warte, warte. Ne, nicht das. Glaub, das rote war's. Haha, wie auch raus ploppt. So. Mh, 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 mh. Ähm. Ich glaub, wir müssen da irgendwo abspringen. Oh, ich hab's geschafft. Upsi. Ah, nein. Das war die falsche Richtung. Wieso schliegst du in die falsche Richtung? Easy, Alter. Das ist ja ulleicht. Ich bin so gut. Das freut mich. Wie war's? Ich grade nicht. Da muss der draufhauen. Ah, mit dem Seil kann man sich anziehen. So, bin auch endlich da. Braust du mich für irgendwas? Ja, keine Ahnung. Ah, warte mal. Hier kannst du was machen. Hier ist doch grün. Ja, da musst du aber erst drauf. Ich weiß schon. Ich muss dich... Kannst du? Warte mal. Ah, ich muss dich irgendwo hinschwingern. Warte mal. Ja, ja, ja. Und dann schubs ich dich da rüber. Pass auf. Genau. Ups. Nochmal. Hallo? Ich dachte, sie wird vielleicht stärker. Oh, okay. Und jetzt. Schubs ich dich da rüber. Genau. Boah! Nein, das war... Das ist was so hart, Betsy. Sicher, dass ich die überhaupt schaff? Ja, fix um. Du hättest nur Doppelsprung machen müssen und X drücken. Ich glaub, ich hab Doppelsprung grad verkackt. Ja, da helf ich dich. Ah, warte. Jetzt bin ich am Seil hängen geblieben. Oh, okay, das ist klar. Das gibt's ja nicht. Ja, Betsy. Ja, sei froh, dass du das grad nicht machen musst. Ich hab ja den viel anstrengenderen Job hier. Ja, weil du das Ding anschieben musst, ne? Na sicher. Ich muss groß und klein werden, was glaubst du? Das ist schlecht. Ah, nee, da war... Das war scheiße, ja. Das war scheiße bei mir als da. Fuck, die springt zu spät ab. Ja, ne, du ist Reaktionen. Wie Artobus. Da. Ne, ich glaub, du musst den Weg entlang rennen. Da. Ja. Ah, ja. Und... Gut gesehen. Ja, mein Auge für sowas. Und hier auch wieder, oder? Oh, nee. Ah, Moment. Oder? Die Knöpfe? Ich glaub auch, ja. Ja, hier oben. Oh, nein, du musst die Knöpfe machen, damit ich hier irgendwie hochkomme. Weil dann... dann kickst die Schubladen raus. Okay. Ja, siehste? Okay, warte mal, wie... Sieht denn das von deiner? Jetzt hab ich die oberste bei dir aufgemacht. Das heißt... Ja. Aber bleibt aber nur ne Zeit. Das heißt, du musst schnell sein. Kommst du da schon hoch? Nee, ne? Ich muss von unten anfangen, oder? Ja, musst du von unten anfangen. Okay. Musst ne Treppe für mich machen. Ja, ja, mach ich jetzt. Okay. Come on. Come on. Concentration, come on. Na komm mit deinem dicken Popo hier. Na komm. Jetzt geh doch durch, schnell. Und jetzt geh ich da wieder rein und aktivier die Batterie. Ah, warte, ich stand noch aufm Kopf. Ich muss mich hier erst wieder rumdrehen, so. Oh ne. Das müssen wir jetzt bei allen Portalen machen. Oh. Ich hab das Gefühl, ja. Ich hab das Gefühl, ja. Ich hab das Gefühl, da macht. Uhhh. Uhhh. Ja, wir haben das. Okay, dann das nächste. Du. Hä? 2D Level. Ich kann nicht so schnell, ich bin dick. Oh no. Oh, äh, äh. Tja. Was war's morgen für den Pätsi? Ja, er muss das gar nicht durchziehen. Es braucht sich jetzt bei mir. Tja, du machst es doch. Sehr gut. Ups. Au. Da hab ich meinen Kopf an kann. Ich kann ja so ausspringen, das hab ich erst nicht gecheckt. Hä? Ah, du musst erst mir helfen, genau. Soll ich jetzt dir? Ich war gar nicht da oben. Ja, ich hab's jetzt erst gesehen. Warte. Doppelsprung, wie wär's? Ja. Hä? Wie geht's jetzt wieder runter? Oh, dann muss man mit dem Arsch kick gehen. Ja, genau. Sorry. Ja. Na komm auf das andere, damit ich dir helfen kann. Da ist keine andere was mehr. Boah, Petsi ist da. Stell dich nicht so an. Hä? Ja. Achso, scheiße. Jetzt war ich dumm. Ich wollt grad sagen, du musst doch schon das Oberste runterhauen. Halt's mal. Aber mich blöd anmachen. Du musst dich ducken. Ich weiß es doch. Du krieg mir irgendwas. Ups. Warte. Muss ich vielleicht hier? Achso, ja, na klar. Hä? Wir müssen es gleichzeitig machen. Okay, warte. Sieben, drei, neunundzwanzig, achtzehn. Oh! Wenn du das nicht checken konntest. Was heißt denn, wenn ich es nicht checken konntest? War von dir grad nicht besser. Halt's, ich bin müde. Ähm, ja. Ich, hopp. Ah, okay. Nein, ich muss dich, glaub ich, runter tun, ne? Glaub es auch. Ja, genau. Das geht nicht. Geht gar nicht. Okay, dann mach mal hoch. Ah, du wirst hinuntergeschleudert, wenn ich loslasse. Ah, okay, dann schleudern. Hm. Okay, das war jetzt irgendwie... War zu viel. Ich muss irgendwie nur ein bisschen. Okay, zu wenig. Immer noch zu wenig. Ah, ja, der war gut. Worldcrate is dead. Okay, hat bestimmt auch so ne Tasse. Hä, wie krieg ich dich jetzt da? Ah, ja. So, ich hätte nur ein bisschen das Dingsen müssen. Ah, okay. Ich hab grad gesehen, dieser Hin- und Her-Jump von mir, der geht auch nach unten. Werde wieder groß, Mann. Achso. Ah, okay, das ist nicht gut. Ah, du kannst mich. Ah. Nein, du hättest das halten müssen. Wieso, hä? Du musst rücken. Ja, das weiß ich aber. Halt dich fest. Ah, du bist mein Ballon. Ja, für dich. Okay, warte. Äh, du musst da rüber. Upsa. Hahaha. Huiiii. Ähm. Boah, ist geil, Alter. Okay. Wait, which way is up? You're all right, May. Look, I'm up here. I mean, down here. Ah, oh. Boah, ist geil, Alter. Hahaha, ja, ja, ja. Okay. Quats. Ähm. Oh, endlich wieder normal stehen. Und wir haben es wieder geschafft, oder? Naja, scheiße wär's, wenn, ne, oder? Los, komm schon, Schatzi, wir müssen los. Der fette sein könnte, dass sie vielleicht weiter geht. Fette, hätte, Fahrradkette. So. Gut, jetzt das letzte dahinten. Will du nicht mal warten kannst auf mich? Du kommst doch eh bei mir an. Hässliches Mädchen, du. Ey. Ey, sag sowas nicht. Warte auf mich! Waaah, was war das? Jetzt krieg ich's nicht, ja. Du musst, glaub ich, genau auf die Stromdinger irgendwie kommen. Nein, wir müssen auf der Kugel balancieren, easy. Die, 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 die. Die musst du jetzt anschieben. Ich kann nicht, bin nicht stark genug. Hä? Ich hab'n Ball, und dieser Ball nennt sich. Nein, der rüber, glaub ich. Du musst, du musst. Genau. Hier rüber. Moment mal, wie ich den, den Weg. Ich hab'n Ball, ich hab'n Ball. Ich liebe meinen Ball. Ich steh' auf dem Ball. Ich steh' auf dem Ball. Ich mag ziehen. Ja, so sieht's doch auch aus. Zieh' durch, May. Das hast du jetzt aber fein gemacht, du. Ich mag's, ich bin'n guter Junge. Alright. 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 Ah, du musst dich klein machen. Sonst, ah, krieg ich dich nicht hoch. Warte mal, müssen wir hier alle eingegangen? Hier? Mhm. Scheiße. Ich kann's dich hier wieder größer machen. Ähm. Nein, kannst du nicht, weil dann kann ich dich nicht heben. Gott, du bist so schwach. Ja, tut mir leid. Ich bin ja ne Frau. Hab halt nicht so einen Bizeps wie du. Ha. 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 Ja. Hui. Jui. Jui. Ja. Damit waren's alle. Ringen doch schneller als gedacht. Ja, aber ich frag mich, wie sind wir denn da herkommen eigentlich? Ja, wir sind doch in so einer Computer-Base. Ja, na und? Ich mein, was? Ja, wir haben unserer Tochter komische Stoffteile gekauft. Das hab ich mir aber schon vorher gedacht. Äh, muss ich hier auch irgendwo? Ich muss auf die andere Seite, oder? Ja, drehen Sie schneller. Ich bin gleich fertig. Ich kann doch weg. Warte mal, da ist ein Stern, da ist ein Stern. Oh fuck. Hey, ich wollte auch einen Stern kicken. Du kleine Drecksfutter, jetzt komm her hier. Ich darf so einen Stern dahinten bei mir schauen. Lass ich dir. Jui. Jui. Fliege, kleiner Stern. Ich darf mir jetzt was wünschen. Ups. Die Frage ist, müssen wir in die selbe Richtung drehen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, das war schon. Wir gehen wieder. Oh, ich liebe wirklich zu sein, dass ich zu sein bin. Es ist wie zu sein, in einem Raum zu sein. Das ist lustig. Das ist nicht meine Idee für lustig. Oh, so jetzt müssen wir sogar darüber sprechen, was ist lustig. Ich bin nervös, okay? Aber zu sein, das ist nicht lustig. Hey, hey, hey! Hör auf dich, ihr zwei. Fokus auf die Mission. Wir fokusieren. Wir versuchen uns zu finden, aus diesem ganzen Ort. Wir werden nur das tun, wenn du collabosierst. Ja, ja, ja. Collaboration. Blah, 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 blah. Oh, bla 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 bla, huh? Ja, ja. Blah, 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 ha. Okay, okay. Just don't forget, yeah? Blah, blah? Oh, shut up, you two! Collaboration, go! Ach, ja. Dann wieder hoch, oder? Und wie die neuen Portale. Oh, no. Wahnsinn. Okay. Dann los. Oh. Ich mach jetzt einfach mal A und O mit. Sehr schön, Saki, du hörst dich gut an. Ich drück den Knopf. Ach mal. Hahaha. Aber wie er drückt. Okay, das kriegt glaube ich noch nichts. Okay, was kann man denn hier machen? Äh. Äh. Ich check's grad nicht, gell? Ah, hier muss ich mal rein hier. Nein. Du musst auf die andere Seite. Wo bist denn du jetzt hin? Ja, da rüber. Über die Kissen. Andere Seite. Da steh ich schon. Andere Seite. Und jetzt? Muss ich da ran. Ähm. Bist du grad in der Rakete drin? Ja, wir fliegen los. Wir fliegen los. Wir fliegen los. Ich dachte jetzt wirklich. Ah. Okay, jetzt so langsam verstehe ich. Wir müssen beide Seiten zum Leuchten bringen. Das heißt, wir müssen noch mehr von den Dinger finden. Möchen, ich schnall dich jetzt da hoch. Ich geh wieder zurück auf die Seite, wo du warst. Ich spring mit. Ich muss doch nicht hoch. Doch, da ist auch so ein Blitzerblatter. Okay. Andere Seite. Andere Seite. Ja, guck da oben. Da ist ein Stern, da ist ein Blitzerblatter. Ah, okay. Da kann ich dich jetzt hoch, Männchen. Oh. Ich glaub, du hättest groß sein müssen. Warte kurz. Ja, ich geh, ich werd gleich groß. Ich, ich, ich pflanze den direkt da halt dahin. Hättest zwar gleich schon mal einen Weg machen können, aber egal. Allsmall. Allsmall. Ups. Was war das denn? Ups. Das ist doch nicht so easy. Irgendwie hört sich die Verwandlung, wow, sehr komisch an. Okay, warte mal. Muss ich jetzt wieder... Okay. Okay, dann müssen wir nur noch den einen da drüben herkriegen. So, wie weit geht denn das jetzt? Nur so weit? Gar nichts. Wo müssen wir denn das dann eigentlich... Hier drüben, zu den Sterne. Zu den Sterne? Ja. Gut. Dahinten ist noch ein Stern, das ist aber easy. Hättest du mir das echt hier auf einmal schafft? Oh, warte. Hier unten ist bestimmt auch noch einer. What the fuck? Ja, mit dem Stern in der Hand ist das nicht so easy. War nicht so einfach, ne? Mit dem Stern, sag ich. Ja, ich weiß schon. Ah, easy. Okay. Jetzt weiß ich, für was dieser Knopf von dir dann in der Mitte ist. Damit werde ich erregt. Wenn sie diesen drücken, kommt einer vom Personal. Na komm, zeig alles. Noch mal. Danke. Danke. Ich kann auch, ich kann das auch. Ich brauche gar keine Schuhe. Guck mal. Ja, aber irgendwas stimmt doch noch nicht ganz, oder? Weil... Ja, da hinten noch. Ah. Ah, da musst du rein. Ach so. Ach so. Das kannst du alleine lösen. Schön, dass du aber nochmal hochschwingst, weil es so Spaß macht. Ohhhh. 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 Das hat ja beide Sachen geholt und hat sogar den Teil gemacht, der Spaß macht. Jetzt fahr ich da einfach auch nochmal als Prinzip so lang. Hey, wieso? Da ist doch noch einer. Ja, aber da komm ich nicht hin, weil ich kann mich nicht klein machen. Ach so meinst du das? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Batswut. Ja, kein Problem. Ich fahr das einfach jetzt für mich doch. Dass ich auch ein bisschen Spaß hab. Los, ich muss hier rein. Schau, ich hätte es auch geschafft, ne? Oh. Da drin kann man ja sterben. Ja, dann passt er bitte auf die auf. Hast du, Stern? Äh, Stern, den Blitz? Ja, ich bin The Flash. Meiner. Hey, meiner. Ich hab gesagt, das ist meiner. Gib mir mal den Blitz wieder. Wie auch läuft. Hä? Heißt das? Nee, es fehlt immer noch einer. Nein, tut's nicht, tut's nicht. Ich hab den einfach nur kacken platziert. Das ist easy. Okay. Siehst du? Ah, okay. Dann kommen wir jetzt. Oh. Kann mir nicht warten. Oh Gott. Oh Gott. Willst du da rein? Willst du da rein? Ja. Ja. Oh. Machen wir eine Kisselschlacht. Wir sind im bunten Kissenland. Da beißt uns dann der Elefant. In den Hintern, in den Hintern. In dem wunderschönen Kissenland. Lörder Kettos. Flick das. Ähm. Äh. Oh ja, man kann ja... Hey. Man kann kleiden. Ich hab's auch grad gemerkt. Dann noch mal auch hier. Uh. Uh. Ah, ich hab ne Rakete. Uh. Ah, hier oben ist irgendwas. Ah, ist bei dir auch sowas? Ich glaub das ist ein Minispiel. Oder? Hm. Ja, warte mal. Ich bin ja noch gar nicht oben hier. Hä? Ich komm hier nicht durch. Also. Ja, du bist hier oben. Wo soll ich da noch hochgehen? Das Zug. Ach, gar trauer. Da geht er jetzt so rüber. Fuck, ich glaub das ist das Buch. Ich kann nicht erinnern, ihn als Doktor von irgendwas zu sein. Oh. Ich... Ich... Weiß jetzt gar nicht welches Gespräch ich genau mit angehört hab. Uhu. Gleiten. Oh, ich darf dich hochschleudern. Oh, ja. Ich werd gern geschleudert. Ich weiß, du bist ne... ein Drecksstück. Ich dachte, du sagst Dreckschleuder oder sowas. Ich krieg's nicht weiter und äh... Ich glaub aber, ich muss es gar nicht runterkriegen weiter. Ich bin immer hoch. Ah scheiße, ich brauch die hier sogar. Guck mal. Muss ich da stärker drauf springen? Oder du musst nicht hochschleudern. Nein, das kann ich nicht sagen, dass du mich hochschleudern. Ja. Ah, ich hab ne Idee. Ah, das wird wohl nix. Ist sowas weg. Nein. Ah, verdammt. Schleudern ich nochmal hoch. Ich glaub, ich muss... Jetzt hab ich's raus. Ich glaub, ich muss auf die unterschiedlichen Dinger drauf. Erst auf das. Dann drüber. Nee, oder? Komm schon. Geh weiter runter. Nein, du musst davon nur springen. Irgendwie so im Takt versuchen. Ey, da passiert gar nix. Kann ich irgendwo weiter hoch? Geht immer nur so weit runter. Es geht nicht weiter runter. Ach, warte mal. Ich muss vielleicht dich jetzt von hier oben hochschleudern. Kann das sein? Weil du schwerer bist und bei dir nichts weiter runter? Ah, ja. Wir sind hier voll die Füchse. Ah. Ups. Was war das denn? Hast du dich grad klein gemacht? We're crazy. Ah, ich hab damit nicht gerechnet. Ah, ich fall durch die Matratzen. Ah, Gott. Das war super. Du musst doch hoch. Ja, aber ich hab mir gedacht, ich muss dich hochsteuern, damit du hoch springst. Nein. Nein, nicht klein machen, Zocki. Bleib nur mal groß. Aber das schaffst du nicht. Warte doch mal. Hä? Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das geht sich nicht da aus. Ah, okay, warte. Dann muss erst ich hoch. Ja, eben. Weil das geht ja da ein bisschen runter. Du musst einfach nur von oben runterjumpen. Nein, pass auf. Jetzt bleib mal da stehen. Oh, jetzt war es nämlich noch ein bisschen unten. Und jetzt kommen wir beide hoch. Ah. Äh. Ne, ist wohl nicht. Du musst, glaub ich. Genau. Machen wir eh klar. Perfekt. Ah, wir sind Profis, oder? Wir kennen uns aus. So, jetzt hab ich da rein. Ich geh da hoch. Und schon läuft hier, irgendwie. Naja, du musst dran hängen bleiben, oder? Ich gleite. Hä? Ach, man muss gleich weiter, oder was? Ja, ich nehm an. Ah, warte, wir müssen uns abwechseln. Weil dann öffnet sich beim einen erstes... Ah, okay, warte mal. So, warte, jetzt mach ich weiter. Äh, warte, das hab ich jetzt nicht geschafft. Warum nicht? Ah, Mann. Komm. Richtig springen. Okay, jetzt ist Deins da. Jetzt musst du wieder als Erster. Mhm. Hm. Hm? Hm? Ahhhh. Hm? immer wieder der Roboter langsam nervt er, ich kann nicht mehr sehen los baby drück wenigstens müssen wir nicht den ganzen Weg wieder retour das stimmt, das wäre echt nervig aber ich hoffe das waren die letzten Portale ja ich glaube auch ich hoffe es, ich glaube nicht, ich hoffe es ne ich glaube so easy ich weiß ich muss da rein oh du darfst mit mir du darfst mit mir spielen mach keinen Scheiß oh ja, hau drauf ah ok oh sorry das war voll müde ja warte, noch mal rein, noch mal rein und was machst du denn? ne ja genau ah, siehste muss ich springen? äh, gute Frage okay oder musst du was drücken ah, warte, ich glaube ich muss die Wände dann ah, ok, warte die Wand, die Wand hey, die Wand die Wand ja richtig geil das ist voll befriedigend das freut mich so das hier äh wups oh oh musst du hier auf die Schirme schießen? oh ja, ich glaube oh ja jetzt kannst du mich zum anderen bringen haha wo ist das andere? ja 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 ja, hier war er ne, warte, da haben wir gestartet warte, mal nach rechts geht nicht mehr ach so, hä? ah, nach oben oben, ja, und jetzt musst du springen vielleicht ne, du musst abbrechen machen ach ja, genau du hast ja deine komische Schuhe der? ich glaube ich mach scheiße, wenn ich hier oben stehe ähm ach ach ach, ich bin schon ah okay, wir sind schon am Roboter okay das ging jetzt schnell und weißt du, du musst aufs Klo? deswegen, deswegen war wahrscheinlich das Minispiel da mit drin weißt, weil es so kurz war hehehe er startet uns schon los hier äh äh, brauchst du mich für irgendwas? ich glaube, du musst hier rein, hier ist ne Batterie wo muss ich rein? also hier, du musstest, okay ha dann musst du den Knopf glaube ich drücken geht nicht okay, warte, dann drück rein vielleicht muss ich was drücken noch bleib da stehen nein, jetzt musst du die Dinger verbinden du musst alle verbinden immer wenn du springst dreht sich das ne, da stimmt was nicht ne, du musst du musst ja, genau das glaube ich irgendwie und dann das nächste verbinden aber dann geht's wieder weg ja, du musst dann schnell sein glaub ich und jetzt schnell rüberhuschen auf das andere draufdrücken aber da passiert ja gar nicht, wenn ich, wenn ich da drück das ist ja das Problem du musst doch irgendwo Strom rauskommen oder nicht ja müssen wir das vielleicht irgendwie beide erst zurecht drehen das kann sagen, ja ah, bei Schau jetzt dreht sich nur das ja, wir sind voll die Helden hier ja, genau und jetzt kannst du quasi es machen da muss ich quasi schnell genug zeigen wahrscheinlich du musst jetzt zum du musst jetzt zum anderen Knopf gehen ja, genau da vorne ja, aber der ist ja gleich wieder unten nicht der, nicht der auch nicht der der war jetzt da vorne geradeaus boah, Bruder wo geradeaus ist rechts, ja da links liegt da, dir ah, okay na, sag ich doch ja, sag ich doch ja, sag ich doch könnt's ja auszucken bei dir deswegen spiel dir ja abertes Spiel, weißt du? ja müssen wir zueinander finden wie du nicht aufpasst hast das ist rausgekommen, der Shit okay, also, äh, das ist schrecklich jetzt, schau guck he's tracking her well-being ja, ja, still super creepy hey, what does this do? but what, no, that can't be right what, no, that can't be right I mean, she, she laughs at least a few times every day we have been arguing a lot recently yeah, okay, but what about her, uh, her worry, huh? what? no, that can't be right nah, nah, I'm sorry this, this space monkey toy thing he doesn't know what he's talking about, okay let's just get out of this, this creepy place hey, 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 how about, uh, how about maybe we can, uh, beam ourselves back to Rose from here no, careful yeah, boom, it's working doesn't sound like it traitors of evil prepare to die das war so klar okay, ich muss wahrscheinlich irgendwo hoch, oder? aaaaaaah, Hilfe ich bei mir, wa, lass drauf au, au, au aua, hey ah, diese Dinger alter, ich wenn der dich mal visiert, musst du gleich tot kannst du ihm nicht hin kommen? doch ja, ich hab mir grad gesehen ja, ich hab's gar nicht versucht aua, aua, aua komm zu mir er muss das Ding sicher treffen boah bitch, bitch ah, was ist das? cool uh, was hab ich ja für Gnaden, also der selbe Ding wir sollten echt überlegen, was wir dir ja für Spielzeuge kaufen warte mal, wenn der dich hat, dann kann ich vielleicht da drauf muss nur von dem Ding weg jep, jep, rein, warte jep, 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 jep ja, perfekt aber es kann auf die Art und Weise etwas dauern okay, er hat mich wieder und die auch, cool ups stell, ah, bin weg äh, versuch zu kommen, versuch zu kommen ich bin gleich da bin wieder da er hat wieder mich komm, komm komm, 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 komm oh, wie komm ich da hoch? ach, so oh, jetzt bin ich dran du bist, du bist gefragt du bist, du bist gefragt nimm mir den Mund nimm mir den Mund nimm mir den Mund ja, wir haben nichts ganz verkehrt hab ich irgendwie n ups, reinspringen ist auch nicht gut ne, voll ah, die bleiben liegen ich weiß nur nicht, ob er die steuern kann, wenn die liegen geblieben sind ah ah ja, du kannst die steuern, okay mit links oder mit rechts hä? da, ich ach, so nochmal, Entschuldigung äh, mit links oder rechts hast du die gesteuert? äh, mit links ok aaaaaa ups, der passt ja, voll erwischt ganz schön oh, jetzt hat's mich, hab ich doch was oh, Ninja mit Ninja mit Ninja, Ninja geht's auf die Rakete ich bin doch grad wiederkommen ah, das ist mir vorhin aber auch passiert easy, jetzt hole ich mal dunks ich hab ein Sitzen, aber andere Geschichte das, das kann auch helfen juhu juhu ja, letzte Stufe oh, ich kann ran schnapp ihn dir schnapp ihn dir ich geh ran und rubbel an seinen Dingen herum ich weiß nicht was hast du gemacht da drin? hehehe ah, du bist doch drin, okay mach ich kalt oh, das, äh, war nicht gut überlebe jetzt ich hab einfach gar nicht getöt ah, Alter, er spielt auch nicht drauf oh, ich kann nur überleben egal, was du drin machst, mach schnell Scheiße ohne zu sterben, wenn's geht stehe auch nicht das, das, das tut grad mein Bestes wohoh, wohohohoho, wohohohohoato jetzt wird schwer, jetzt Off oh, noch ein strahl Ich habe ihn an den Eiern Anzieht ran Die sind aber so haarig Du sollst dran ziehen, sie dich im Mund nehmen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Ich glaube, ich habe nicht den leichtesten Weg hier ausgewählt Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Gott, oh Gott Oh, fuck, Hilfe Oh, jetzt ist Fucky Ja, jetzt warte doch Jetzt warte doch, ja Das ist gut gesagt Ich habe es gleich Ich muss wieder mehr in die Mitte, glaube ich Ich weiß nicht, wie kompliziert das Raumschiff ist Oh Oh Oh, ich darf schließen Ähm, wo ist er denn? Nach unten, nach links, nach oben, geradeaus, nach rechts Ist er nicht, Zocky Da hinten habe ich ihn gesehen Jetzt sehe ich ihn Oh, warum hat er noch so eine verkackte Schusschule, die er Kann ich schneller fliegen, irgendwie? Was fliegst du mich? Oh, du bist zu schnell Oh ja, sehr schön Easy Ich komme jetzt auch raus Moombaboon How do we get back to Rose? I can't let you harm her I'm her best friend Hello, she hasn't played with you for years Okay You've been monitoring her Come on, just pay attention Maybe we can help you become friends again Huh? You think so? Yes I can ask Rose to play with you again But you have to help us get back to her Okay You have to promise you won't make her cry Yeah, 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 we promise Okay Tell Rose That whatever happens I'll always be her best friend Oh, she's over there Rose Sweetie Darling This might look strange, but it's us It's mom and dad Rose We need your help Look, yeah It's us What? She, she can't see us Sweetheart We, we need to talk We need your tears to break the spell Darling She can't even feel us Oh, what are we gonna do? Wait Wait, look Did you just see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention Yes, that's perfect Right Let's Let's destroy something Rose loves to make her cry What? The elephant Rose loves her elephant It's her best friend We destroy the elephant We make Rose cry Oh my god, May That is a great idea She'll cry a river Yes Boom Alright, now we just gotta Well, we just gotta get through her toys Well, this would have been a lot easier if you tidied her room Yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed Oh, shut your clay face Oh, my nose is itching Yeah, that's the dust You must remember to clean under her bed Yeah, noted Naja, die zwei haben nicht wirklich die besten Ideen, ne? Das ist eine grandiose Idee Echt, willst du das Lieblingsspielzeug von deiner Tochter kaputt machen? Und wenn wir eine Träne brauchen, dass es nicht anders möglich ist, das Kind irgendwie zu erreichen? Ich mein, ich kann sie ja wieder kaufen, so ist ja nicht Naja, aber trotzdem ist es trotzdem ganz schön hart Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss, oder? Wir sind nämlich schon fast bei einer Stunde Oh ja, das ist eine gute Idee Und der Zocke hört sich auch ganz schön müde an Ach was, Quatsch, ich bin topfit Ja, hör mal Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Macht es gut, hallo rein Immer brave sein, ciao